Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten. Was ist denn die Mitternachtsformel? Was ist das denn? Die Mitternachtsformel wird umgangssprachlich immer verwendet, wenn es um quadratische Gleichungen geht. Sprich, wenn ihr sowas habt. A x² plus b x plus c und wollt wissen, das Zeug ist gleich 0. Wann ist das Zeug 0? Und ihr wollt das wissen, für welches x ist das so? Dann braucht ihr diese Mitternachtsformel. Was ist denn diese Mitternachtsformel? Diese Mitternachtsformel sieht so aus. x1, 2, sprich es kommen zwei Lösungen raus, ist minus b plus minus Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja was ist a, was ist c, was ist b? Ja, und ihr seht schon, das a ist das Zeug, was vor dem x² steht. Das b hier drinnen ist das, was vor dem normalen x steht und das c ist das, was gar kein x hat. Und das setzt ihr in diese Formel ein und erhaltet dann eine Lösung. Einmal müsst ihr von minus b plus diese Wurzel und dann durch 2a und einmal minus diese Wurzel und dann durch 2a. Somit erhaltet ihr x1 und x2. Dazu könnten wir ein kleines Beispiel machen. Wir könnten nicht nur, wir machen ein kleines Beispiel. Also zum Beispiel x² minus x minus 6. So, jetzt sehen wir schon in dieser Formel, hier steht eigentlich eine 1, hier steht eigentlich eine 1. So, und jetzt habe ich mein a, b, c ja eigentlich schon. Ich schreibe es nochmal an die Seite nochmal hin. a ist 1, b ist minus 1 und die c ist die minus 6. Ja, jetzt noch einsetzen. Mehr ist es nicht mehr, Leute. Mehr ist es nicht mehr, Leute. x12 ist gleich minus b, minus 1 ist wieder 1 plus, minus die Wurzel von b², 1m² ist die 1, minus 4 mal 1 mal minus 6. So, durch 2 mal 1. So, und jetzt könnten wir, schreiben wir es nochmal ein bisschen schöner, 1 plus die Wurzel. Was ist das hier drinnen? Das ist 24 minus 24 mit dem Minus ergibt plus 24 plus 1 ergibt die Wurzel aus 25 durch 2. So, jetzt haben wir hier 2, ich schreibe den einen Fall mal hier rauf, das ist unser x1, das ist nämlich plus, sprich 1 plus diese Wurzel aus 25 durch 2 und unser x2, das ist unser 1 minus die Wurzel aus 25 halbe. So, wenn ihr die Wurzel aus 25 nicht im Kopf könnt, dann ist es ratsam einen Taschenrenner herzunehmen, eigentlich ab diesem Ausdruck könnt ihr den Taschenrenner schon vergewaltigen und sozusagen dann diesen Eindruck hier reinklopfen und es ergibt sich, Wurzel aus 25 ist 5, das ergibt 1 plus 5 ist die 6, 6 halbe. Und das ergibt die 3, 1 minus 5 ist minus 4, also minus 4 ist halbe und das ist minus die 2. So, so seht ihr, so löst man mit der Mitternachtsformel solche Gleichungen, solche quadratische Gleichungen. Ich hoffe mein Video zur Mitternachtsformel hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Mathematik in 5 Minuten.